In Österreich besteht seit dem 1. Juni 2011 eine Radhelmpflicht für Kinder unter zwölf Jahren. Auch Erwachsenen wird empfohlen beim Radfahren einen Helm zu tragen. Zusätzlich besteht eine Sturzhelmpflicht für Lenker und beförderte Personen von Mopeds, Motorrädern und Quads. Wie die Köpfe dadurch geschützt werden, kann mit der newtonschen Bewegungsgleichung f mal Delta t ist m mal Delta v erklärt werden. Bei einem Sturz oder einem Unfall wird der Radfahrer auf eine Endgeschwindigkeit von 0 km h abgebremst. Damit ist der Wert von m mal Delta v gleich groß für einen Radfahrer mit und ohne Sturzhelm. Fahrradhelme bestehen im Inneren meist aus Styropor. Trägt ein Radfahrer einen solchen Helm, so ist die Kraft auf den Kopf aus folgenden Grund kleiner. Bei starker Belastung durch einen Sturz oder Unfall wird das Styropor des Helms zusammengedrückt. Damit ist die Einwirkungsdauer wegen der Verformung des Helms größer und somit ist die Kraft und damit auch das Verletzungsrisiko kleiner. Außerdem wird für das Zusammendrücken ein Teil der Kraft aufgewendet, die dann nicht mehr auf den Kopf wirken kann. Mit Hilfe eines Eis kann die Wirkungsweise eines Helms leicht demonstriert werden. Ein Ei, das zu Boden fällt, bricht. Wird das Ei durch den Helm geschützt, so bleibt es ganz. Ein zusätzlicher Faktor, der nicht mit der newtonschen Bewegungsgleichung zusammenhängt, ist, dass die auf den Kopf einwirkende Kraft durch den Helm auf eine größere Fläche verteilt wird. Auch aus diesem Grund ist es wichtig, einen passenden Helm zu tragen. Sollten Marcel und Sonne Läden Sollten Vielen Dank.